Alle Kameras haben einen Signalton. Dieser zeigt dir mit einem Piepston an, ob der Autofokus den Schärfenpunkt gefunden hat. Der Signalton hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung, allerdings ist er in vielen Situationen nervig oder einfach störend. Mach dich also vorher vertraut, wo du den Ton abschalten kannst, wenn es darauf ankommt. Auch das Auslösegeräusch wird bei vielen, vor allem Kompaktkameras, elektronisch erzeugt und kann abgeschaltet oder auf sehr leise gestellt werden.